Ich möchte, dass die TU Dresden Exzellenzuniversität wird, damit junge Forscher aus der ganzen Welt diesen Standort attraktiv finden. Es wird einen Schub geben für die Wissenschaft, es wird einen Schub für die Forschung geben und es wird einen Schub für Dresden und für den Freistaat insgesamt geben, wenn wir Exzellenzuniversität werden. Deswegen drücke ich allen die Daumen.